Ja, also zumindest für mich, ich hab jetzt die dritte Folge hier am Stück, am Stissel und hab mein scheiß Getränk jetzt nicht hier stehen. Na, verfickt nochmal. Ich kann jetzt gerade einfach nicht aufhören zu spielen. Halt! Die Waffen, die Cotsworth dabei hat, die und auch die ganzen... Cotsi, wo bist du schon wieder hin? Draußen ist er. Komm her. Hey. Hey. Hey, Cots. Ich Cots, Cotsworth. Was wollte ich mit diesen ganzen Sachen machen? Die wollte ich alle ablegen, gell? Oder verteilen auf die Leute? Ich weiß es nicht mehr. Naja, ich nehm mal die ganzen, äh, den ganzen Schrott wieder mit. Und halt auch die Waffen. Scheiß drauf. Ja, 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 ja. Sorry, jetzt muss ich direkt am Anfang der Folge hier rumfuhrwerken mit dem blöden... Kann ich hier durchgreifen? Ja, sehr gut. Also. Was legen wir alles weg? Das Jagdgewehr habe ich gesagt, kann ich auch weglegen. Das ist irgendwie nicht so... Obwohl, was haben wir noch für... Egal. Wir legen erstmal den Scheiß weg, den wir nicht brauchen. Lasergewehr. Kann weg. Zack. Dann. Das kommt weg. Dann kommt das hier weg. So, One-Tap ist schon echt ziemlich krass. Vielleicht können wir die auch noch aufbessern. Das, ähm... Zachary kommt auch weg. Der Vorschlaghammer kommt weg. Brauchen wir nicht. Ähm... 47. Das ist... Genau, 47. Was ist das andere? 50, ne? 53 sogar. Da müssen wir nochmal gucken, ob wir die, äh... dieses Kampfscharfschützengewehr irgendwie verbessern können. Kampfflinte. Das ist unsere Kampf... Ah ja, die Kampfflinte. Alles klar. Das ist unser gehärtes... Gewehr. Warum ist die Kampfflinte nicht beliebt? Ah, weil wir die hier. Alles klar. Ah, wir haben ja so viel Scheiß. Wir haben so viel Schotter hier. Ich will kurz gucken, ob wir die Kampfflinte... Was kann man hier raus machen? Öh. Binderpaar wäre es fliegen. Aber egal, okay. Für Ergert können wir nicht noch ein bisschen verbessern. Nee. Können wir nicht. Dafür benötigen wir dringend... Waffenfreak. Müssen wir dann demnächst mal hochwursten. Also das Scharfschützengewehr kommt weg. Können wir die One-Tap noch ein bisschen besser machen? Nee. Weil 18 ist jetzt auch nicht mehr so zeitgemäß. Ich könnte auch noch auf 21 gehen. Mit Waffenfreak Stufe 2. Aber das war es auch. Hier geht es sogar mit Waffenfreak Stufe 1. Wäre natürlich trotzdem eine kleine Verbesserung. Aber ja, die Kampfflinte, die wollte ich noch... Da wollte ich noch schauen, was da noch so geht. 71! Na alle. Machen wir. Ruhe, Schacker. Jetzt macht es nämlich auch langsam Sinn, finde ich, hier rum zu vorwerken. Weil wir ja doch wirklich ein recht kleines Arsenal eigentlich haben. Oder, naja, es geht jetzt nicht wirklich klein, aber ein bisschen. Und, ähm... Ja. Darum kann man das auch mal machen. Dass wir hier jetzt ein bisschen in die Verbesserungen reingehen. Das Scharfschützengewehrlinger weg. Die One-Tap haben wir schon überprüft. Den Junk-Jet. Was kann man da machen? Verlängerter Lauf. Okay. Rückstoß. Außergewöhnliche Rückstoßdämpfung. Elektromodul. Oh, Leute. Das macht noch zusätzlich ein... Und ein Zündmodul. Geiler Scheiß. Erweitert Geschosse um Feuerschaden und oder um elektrischen Schaden. Das ist natürlich extrem geil. Jagdgewehr. Was kannst du so? Kann man nicht irgendwie... Also die Feuerrate kann man hier nicht wirklich... Die kann man nur um eins verbessern. Das Jagdgewehr lege ich, glaube ich, weg. Zarkstückler kann man nicht nochmal... Ne. Das ist schon mächtig, der Zarkstückler. 308er. Was hat noch 308er? Sonst nichts. Ja, gut. Muss man halt durch... Die Free-Hack hat. Ich mach das Jagdgewehr auch weg. Wer hat mir unsere Free-Hack hat. So. Ach, kann ich ja von außen machen. Egal. Jagdgewehr weg. Und die Ding weg. Ähm. Was war's noch? Das... Dieses gehärtete Scharfschützengewehr. Die Teile hier könnten auch wieder neue Namen vertragen, ne, Leute? Also ihr könnt gerne mal wieder was schreiben hier bezüglich des Kampfgewehrs und oder der automatischen 10mm Pistole. Äh. Achso. Ist das hier unser Teil, was wir eigentlich ausgewählt haben? Ajo. Die One-Tap. Aber die One-Tap... Die One-Tap, ähm... Durchdringt einfach. Die ist eigentlich besser. Die durchdringt 30% der Schadens- und Energieresistenz. Und dann macht's hier mit diesen 18 wahrscheinlich dann doch mehr wie die hier mit 21, ne? Müssen wir mal... Da müssen wir nochmal umdisponieren. Und zwar... Hoppala. Boah, jetzt wirkt dieses... Dieses, äh... Dieses Ding voll groß. Ja, ich mach die One-Tap dann wieder rein. Genau. So. Dann lege ich die andere noch weg. Die hier. Und jetzt sind wir, glaub ich, doch erstmal ganz gut geleert. Ich weiß nicht, warum wir immer noch oder dennoch so schwer sind. Vielleicht haben wir hier einfach noch irgendwas... Das ist wahrscheinlich dann doch hier wieder der ganze... Ähm... Jetzt kann ich den schweren Verschluss auch weglegen. Naja. Jetzt gucken wir mal kurz. Okay. Auf der 3 ist... Ah, das ist jetzt die Kampflinte, ne? Die hier. Ja. Da haben wir die hier. Und da haben wir das Teil. Und hier haben wir unser Hackebeil. Und sieben sind schon die Granaten. Aber wir könnten natürlich noch unsere... Unser One-Tap ein bisschen bedazzeln irgendwie. Also... Jetzt nicht zwingend hiermit... Verändern. Sondern... Stumme Lauf. Wir machen einen verlängernden Lauf dran. So. Da haben wir eh so viel Zeug. Griff ist mir scheißegal. Und ein Großmagazin wäre auch nicht schlecht. Da können wir einfach nochmal ein bisschen mehr reindödeln. Ich mach damit ja immer so schön Dauerfeuer. Und dann halt noch ein schickes Visier drauf. Kein krass. Das ist einfach so ein... Hier so ein Leuchtvisier. Genau. Und auch noch ein Bayonett. Komm, was soll der Geiz? Ja. Verlassen. Guck mal. Jetzt sieht die doch wieder... Äh... Jetzt sieht die doch schick aus. Naja. Der sieht cool aus. Zwölf. Ah. 24. Hehehe. Sehr gut. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt in diese Backfischfabrik. Ich weiß. Erstmal ein bisschen hier zu Anfang. Dödeln. So. Mit dem Skill Eisenfaust richten unbewaffnete Angriffe mehr Schaden an. Außerdem kannst du Gegner entwaffnen und mit starken Angriffen Gegner verkrippeln. Gut. Let's go do it. Let's go do it. Hallo Boys. Sollen wir von oben rein? Oder unten rein? Ach komm, wir gehen mal durch den Haupteingang unten rein. Es ist noch nicht mal abgeschlossen. Wahrscheinlich sind da jetzt auch... Obwohl... Was hat die Raider umgebracht? Ich würde gerade sagen, wahrscheinlich sind da auch Raider drin, aber... Die langen ja alle tot da. Vielleicht ist da auch einfach irgendjemand rein und er hat ultra randaliert. Ja. Das sieht nach einer Randalöse aus. Das ist ein weiblicher Randalier. Oh shit. Feindliche Präsenz. Feindliche Präsenz? So. Die labern doch. Hörst du das nicht? Diese Stille, Feindliche Präsenz. Kurz vor Ort, kurz vor Ort. Wir müssen dich mal wieder ein bisschen untersuchen. Ich hab deine Audio-Geschichten sind gefickt. Komm. Ich muss schon an den BC. Vielleicht kann ich damit die Roboter, die wir da gerade hören, ausschalten. Wahrscheinlich nicht, weil das... Importe. Okay, das sind einfach... Die Fischer, die sie importiert haben. Aha. Exporte. Vielleicht ist sie halt... Ich geh das durch, weil ja vielleicht irgendwo eine Adresse dabei ist. Hm, okay. Oh. Das ist das Institut, oder? Oh shit. Shit, Leute. Fuck. Ich glaub, das ist echt das Institut, ne? Das war die zweite Stimmung, aber merkwürdig. Die erste könnte auch... von einem Roboter gewesen sein. Von einem Standardroboter. Es würde auch Sinn machen, dass jetzt hier alle Leute tot sind. Oh Gott, er hat einfach komplett die Beine verloren. Oh. Ein weiteres Terminal. Ich hoffe, deutlich mit den gleichen Nachrichten von eben. Boston Bugle. Gute Neuigkeiten. Wir konnten einen Vertrag mit zwei Fischern vor Ort abschließen, die uns die Hälfte ihres Blaubarschfangs zur Verfügung stellen. 100% wären zwar besser gewesen, aber immerhin versetzen wir dem Bestand unseres Konkurrenten einen Schlag. Da der Blaubarsch zu dieser Jahreszeit nach Norden zieht, hilft das, unsere Vorräte auf gleichem Niveau zu halten. Jane. Abgase. George, ich gehe heute eher. Von den Abgasen der Lieferwagen habe ich wieder Migräne bekommen. Wie oft muss ich der Wartungsabteilung noch sagen, dass sie die Ventilatoren hier drin reparieren sollen? Wärst du so nett und stellst den Entwurf des neuen Schnellfischvertrags fertig, an dem ich gearbeitet habe? Du bist der Beste. Danke, Jane. Ja, ja, die Jane. Was ist los? Wir hören doch alle die Sirenen da draußen, oder? Kann uns bitte jemand sagen, was da los ist? Niemand wird ausgelassen uns... Ausgelassen? Uns wurde mitgeteilt, dass alles abgeregelt wäre und man sich wieder melden würde. Das war vor 30 Minuten. Ach ja, Dave. Wenn du in nächster Zeit vorbeikommst, sei doch so lieb und bring mir eine Nuka mit. Ach. Eine Nuke vielleicht? Anscheinend hat George die letzte getrunken. Jane echt bitter, ne? Und dann kommen die... Kommen die Bombs. Kommen die fucking Bombs. Das muss schon wirklich krass sein. Ich habe mir gerade als Kind sehr oft vorgestellt, wie das ist, wenn man... Oder wie das wohl sein mag, wenn eine Atombombe hochgeht und man dabei ist. Oder in der... Nee, 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 nee. Oder man in der Nähe ist. Ich habe davon auch oft geträumt als Kind. Also so von wegen, man sieht ein Ding in der Ferne, also einen Atompilz und wieder weggepustet. Ah, hier wäre wer runtergekommen, okay. Und das fand ich immer sehr erschreckend, irgendwie. Ich wollte gerade sagen, was ist denn... Was folgt jetzt? Oh, fuck. Quatsch, was geht ja lieber nicht rein. Ich dachte kurz, das wäre... Das wäre... Ach, ich bin so behindert. Weißt du... Zum Ziehen für die Spülung bin ich durchgepeitscht. Das ist unglaublich. Ah. Hört auf zu lachen. Das zählt nicht. Läfligen Fleisch. Süß Kuchen. Ach, ich nehme mir wieder Scheiß mit. Das macht mich so schwer. Dann frage ich mich jedes Mal, warum ich so fett bin. Die sind alle unter uns, okay. Ich will noch kurz um auf den Steg gehen und dann machen wir das da unten. Ist da jemand anwesend? Lalalalalala. Cyclosis Institut ist da unten gefangen, weil sie sich haben runterfahren lassen hier mit diesem... Mit diesem Lift und jetzt nicht mehr hochkommen. Steht da unten sogar jemand? Ne. So. Hallo. Bin ich gerade mal gespannt, wie es da unten gleich abgeht. Kampf... Ah, Kampfgewehr. Ich habe ganz kurz Gleisgewehr gelesen in meiner Verwirrtheit. Ja, ich plane einen Hinterhalt. Warte kurz. Da sind Minen. Achtung, Consworth. There are my ears. Ah, mit Q kann man auch den Schuss bestätigen. Okay. Halt. Tablett. Oh, müssen wir sogar sammeln. Alles klar. Kotzi, komm, wir gehen wieder raus. Scheinbar haben wir ja alles. Ich habe mich getäuscht. Einen 30... Einen richtigen Speicherpunkt erstellen. Jetzt geht's rund. Oh, oh, oh. Ich habe mich getäuscht. Lalalalalala. Komm hoch. Oh, shit. Den haben die Ultra gecrippelt. Komm, Kotzi. Kotzi. Kotsworth, nein. Ein Nidier. Kotsworth, ein Nidier. Oh, shit. Okay. Die haben einfach alle Raider gefistet. Himalya-Eimer. Okay. Shit, man. Ich habe ja gerade voll gestackt. Okay. Better save den Zara. Ah, wisst ihr was? Wir gehen schon mal auf die Minen. Die Viecher rennen ja meist auf uns zu und klöppeln dann um sich. Ich denke, da ist es eine gute Idee. Wenn wir dann rückwärts wegrennen und Minen legen. Das wäre es. Das wäre es. Verdammt, ja. Ist ja eine schöne Vase mit Blumenmuster. Mensch, ey. Alles klar. Nö. Ich glaube, dein Sensor ist kaputt. Überaktive Sensoren, mehr nicht. Was, überaktive Sensoren, mehr nicht? Oder hyperaktive Sensoren? Kontakt festgestellt. Möglicherweise. Geist empfangliche Lebensform an. Aha. Ich glaube, das war es für dich. Bisnitch. Wo kommt dein Mate? Ja, das ist aber schlecht für mich, ne? Shit. Die wissen auch welche. Das glaube ich aber auch. Oh shit, der hämmert aber ganz schön. Der hämmert ganz schön rein mit seinem Scheiß. Oh, erst mal daneben geschossen. Wie eklig die aussehen, Alter. So. Hallo. Hallo. Oh ne. Ne Rüstung, ne Synth-Rüstung. Ne F-F-F-Rüstung. Dann ziehe ich mich wieder aus. Bin nackig. Aber die ist sau stark. Und sau schwer. Blei verkleidet. Ich raff das nicht so ganz, wo wir diese krasse Käfig-Rüstung hier haben, die jetzt mittlerweile gar nicht mehr so krass ist. Wisst ihr, eigentlich hat man so einzelne Sachen an. So wie dieses Stück jetzt hier, ne? An dem einen Arm, am anderen Arm und so weiter. Und man hat nicht dieses... Das ist nicht so ein ganzer Anzug. Guck mal, allein dieses Ding. Was wir nur am... Äh, was jetzt nur hierfür zählt. Das sieht da... Das sieht gar nicht so aus. Guck mal, das ist doch... Wie kann ich denn um mich drum rum gucken? Das geht doch auch irgendwie, oder? Ich lass es jetzt halt mal so. Scheinbar sind wir so besser geschützt wie mit der Käfig-Rüstung. Wenn du dir das anguckst. Also fast. Und halt noch darüber hinaus, gegen Radiation. Ich lass es jetzt. So. Weg. Hervorragend. Da können wir. Jetzt können wir uns nämlich hier zusammen vorwerken. Eigentlich geht das so, dass man überall einzelne Sachen hat. So. Und schon sehen wir wahrscheinlich immer noch ziemlich nackt aus. Es fehlt halt eigentlich noch so ein Unterstück. Also ich hatte immer den Vault-Anzug an. Den können wir auch anziehen. Zumindest auf der Konsole war das so, dass man den halt darunter dann anhatte. Und drüber hatte man seine ganzen Rüstungsteile. So wie auch die Raider. Die haben ja auch nur irgendwelche Fetzen an. Und da ist dann... Ist dann ihre... Ihre harte... Schale drüber. Aber wir müssten auch hier im Ding sehen können, also in unserem Charakterbereich, dass wir jetzt ziemlich krass gerüstet sind. Guckt euch das an. 44, 57, 15. Und nur mit dieser Hans-Wurst-Rüstung, nur um das nochmal zu demonstrieren, haben wir 33, 38. Ja und jetzt, pass auf, zack, 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 booyashack. Ja, ihr habt es jetzt eben gesehen, ne? Ultra hart. Hoppala. Roger, roger. Da ist der... Ah ja, die andere Mine ist auch... Da ist auch reingetappt. Ihhh, die haben irgendwelche Pickel. Die sind aber nicht gut aus, die Fische. Würde ich jetzt nicht zwingend essen. Oh. Hallo. Hallo, Monsieur. Cool, die treffen gar nicht. Würde man direkt... Au. Cool, wir haben jetzt halt im Arm crippled. Das zählt so schon mal nicht. Boom. Bäh. Och, komm. Ich frag mich, was gut gegen die Simpsons ist. Also, welche Waffe. Ob jetzt ne... Auch ein Lasergewehr gut gegen die ist? Jetzt hab ich ja erstmal alles abgelegt und kann das nicht testen. Nein, hör auf mit deinem Arm durchzudrehen. Stehen sie still. Ja, du hast dich getäuscht, genau. Hier ist nichts. Verzieh dich wieder. Nee. Ja, wie schön. Oh. Was war denn das? Wie sich... Oh Gott, was geht... Schlüssel für Makra-Anlagen. Okay. Ist... Ist das... Ist das das hier? Bin nicht versteckt. Ich bin nur saucool. Was ist da unten eigentlich? Ist da auch irgendwas cooles? Außer Feuer. Oh. Ja. Da ist was. Hier. Boom. Na, wie gefällt euch das, ha? Sind... Batsch! Ach, cool. Achtung. Critical! Batsch! Batsch! Cottsworth, da kommst du! Jetzt, wo ich alle gekillt hab! Äh... Institutpistole? Ne. Ne, 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 ne. Ah! Ah! So. Ich komme gerade in Fahrt, jetzt, wo alle tot sind. Komme ich, glaube ich, gerade in Fahrt. Oh, wow, wow. Wart's nur ab. Ah, haben wir hier vielleicht einen Roboter, den wir gleich freischalten können. Werkzeugkasten wieder versperrt. Das war bestimmt die Jane. Kriegt nichts zu sauf und dann macht sie dem George halt seine ganzen Kisten zu. Das ist vielleicht... Er schafft. Das ist eine richtig... So eine... So eine aufreibende Hexe. Ja, das hier wird es sein. Denkt dran, wir wissen jetzt den Ultratrick. Leaf! Gut. Das war jetzt eher schlecht. Na, wo ist hier was? Ist hier nichts versteckelt? So, Falscheintrag entfernt. Und? Das war's schon. Okay, Leaf war richtig. Äh, war falsch, ne? Dann ist es, äh, das hier auch nicht. Das hier könnte sein. Ja! Ah! Ah! Denkt dran, wir gehen wieder auf der Rechtsvollzug. So. Aktivierung deiner Mutter. Aktiviert. Es ist niemand anwesend, du fette Bitch. Raus dem Treppenlift. Schnell, Protektor, wache. Mach ihn zu. Oh, du kotzt sie. Jetzt geh da ran. Ah, 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 anstrengend. Das glaubst du aber. Ha! Ach Gott, hast du die jetzt geblockt? Oh, shit. Oh, shit. Ist nicht sauber. Du dumm Batz. Siehst du das nicht? Siehst du nicht, dass dieser Bereich nicht sauber ist? Oder rafft er das nicht gegen die Roboter, dass das böse sind? Alles sauber. Ja, jetzt, jetzt, wo ich hier geregelt habe, ist alles sauber. Oh, shit. Das ist doch nicht alles sauber. Boah. Lügner. 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 Ii. Schiebung. Ganz böse Schiebung, mein Freund. Boah, wieder so ein krasser, ne? So ein überkrasser. Dem geben wir mal ein bisschen was und rennen dann weiter vor. Hier in Deckung. Metzeln in. Oh, shit. Oh, shit. Jawohl, der Hit ging rein. Ich werde jetzt kurz vor was reparieren. Wir haben so Reparatur-Dinger. Äh, haben wir nicht? Okay. Robo, Robi. Gehst du nicht mal kurz? Na also, es geht doch. Während er da metzelt, gehe ich kurz nochmal hoch. Und gucke halt noch die restlichen Dinger durch. So wie es... Jawohl, Leute. Voll viele Tabletts. Geil. Ich weiß nicht genau, was da oben noch... Was in diesem Tabletts enthalten ist. Aber scheinbar ist es wichtig. Und... Ich weiß nicht, was oben noch so ist. Ob es jetzt da generell auch weitergeht. Jawohl, der Robo-Kopp hat eben den einen Simt geschniedelt. Sehr nass, sehr nass. Aber ich glaube, dass es unten weitergeht. Und dass es hier oben eh eine kleine Sackgasse ist. Bevor wir da jetzt was Wichtiges vergessen. Hol ich das mal schnell. Ja, wisst ihr zufällig, was gegen Simps gut ist? Simt? Hier war es genau. Ach, sag bloß, wir kommen hier einfach zu denen runter. Das wäre natürlich jetzt wieder eine kleine Lächerlichkeit. Ja, das sieht ja dann noch aus. Okay. Mach das mal. Greif die ruhig mal an. Wahrscheinlich kommt gleich einer hier oben durch den Gang. Der da oben auf dieser Empore stand, der... kann sicherlich über diesen Gang, in den wir gerade reingeschaut haben, zu uns schlappen. Das wär's hier. Das wär's. Mal Pinsel. Ich nehme mal einen Malpinsel mit, weil ich's kann. Oh, ist er jetzt tot? Ah! Über aktive Sensoren. Wer nicht? Die Sensoren meldet feindliche Präsenz. Die sind über mir. Ja! Okay. Wie geht denn das jetzt? Ja. Das hier ist es, wie ich... Auf Befehl des Instituts müssen Sie vernichtet werden. Ich habe mich gezeugt. Jawohl, der ist so gut wie tot. Der hier. Guck mal, der schießt laut los. Das ist ein Gauner mit Schally von drauf. Vorfeier. Halt. Jawohl. Wir haben irgendwas noch krasseres gefunden. Ah! Also nicht krasseres, aber einfach was zusätzliches. Und eine Verbesserung für unser Bein. So. Nee, nee, jetzt. Erst jetzt sind wir überall geschützt. Gucken wir, wie wir jetzt aussehen. Äh, naja. Jetzt nicht so gut, aber hey. Was soll's? Guck mal, bist du noch hier irgendwo? Am Start. Kotzibotzi. Was haben wir denn hier? Thermostat? Larry, anscheinend ist gestern jemand gegen den Thermostat gestoßen. Hat die Temperatur um ganze 3 Grad erhöht. Unser Wartungstechniker hat das Problem bei einer routinemäßigen Temperaturprüfung gegen 18 Uhr entdeckt. Das ist jetzt schon zum dritten Mal passiert. Beim letzten Mal haben wir fast unseren gesamten Tagesbestand verloren. Diesmal hatten wir wohl Glück und nichts ist verdorben. Gib Bescheid, ob die Wissenschaftler herkommen. Und zur Sicherheit Analysen an ein paar Margen durchführen. Jane, tut mir leid, aber das mit deiner Nuka wird nichts. Der Hauptaufzug ist abgeschaltet, also stecken wir hier unten wohl eine Weile fest. Wenn du irgendwas darüber erfährst, was draußen vor sich geht, lass es mich wissen. Vor einiger Zeit habe ich ein Grollen und Beben gespürt. Einige der Ladungen sind aus den Regalen gefallen, aber das kriegen wir schon hin. Also pass auf dich auf und sag mir, wenn du was hörst, wir machen uns hier unten wirklich Sorgen. Oh shit. Weißt du, oben die Leute sind einfach abgefackelt. Und die chillen hier, also, sind hier gezwungen. Ja. Und die sind gezwungen hier unten einfach zu warten. Die sind wahrscheinlich verhungert, ne? Die liegen bestimmt irgendwo auch Skelette rum. Na gut, sie haben ja immerhin viel Fisch, aber trotzdem gehört ja... Oh, das ist ein Siedler. Okay. Da liegt nochmal ein Raider rum. Schrotpatron und Stimpack. Ja! Na also. Na also. Na also. Klammerbox. Na, 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 na. Nix da getarnt. Offenbar eine Fehlfunktion. Bewegung entdeckt. Seltsam. Ich muss euch jetzt abziehen. Ihr nervt mich so ab. Ich hab's scheinbar, hm, seltsam. Scheinbar stink ich nach Scheiß ab. Seltsam. Um es echt, um es echt seltsam zu sein. Vielleicht müssen meine Sensoren kalibriert werden. Ja, die müssen kalibriert werden. Dumpfbocke. 19. Beide 19. Hallo. Hallo. Kontakt festgestellt. Möglicherweise. Hm. Hahaha. Nice, Mann. Richtig nice. Ich schieße mir jetzt die Waffe an. mit einem Critical aus der Hand. Oh, shit. Das ist irgendwie eine Pumpgun, ne? Das ist eine Art Pumpgun. What the fuck? Hilfe. Hilfe. Wo ist jetzt eigentlich wieder Kotzi? Pass auf, wenn die gleich tot sind, kommt der angerannt. Ah! Jetzt, äh, denke ich, ich hab mal richtig los. Ich komm dir hoch, du sa... Fickst du mich grad, hast du... Hab mich dieser scheiß... ...Karton gerade geblockt. Haha, hallo. So. Ich gebe lieber ein, ein, ein Critical in den Kopf. Damit wir hier vorankommen mit dem. Der ist irgendwie hart im Nehmen. Okay, der ist ordentlich am Futtern, aber jetzt ist er gleich hinüber. Haben wir eigentlich hier in die Waffe auch schon ein erweitertes Magazin gemacht? Guck mal hier. Was der alles am Start hat. Sindsrüstungen, oh yeah, schalala, bam, ba, da, 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 da. Boah! Und die zwei können wir dann eigentlich fortschmeißen. Weißt du was? Das mach ich auch direkt. Und die Sturmmaske auch und diese Kampfrüstung, die behalte ich mal noch. Dann schmeiß ich sie weg. Nehme ich mal mit, die können wir vielleicht noch verkaufen. Das ist ja doch irgendwie geschichtsträchtig, das Ding. Ja. Da, Leichtbau. Und jetzt haben wir dann auch endlich, endlich Dinge. Endlich Dinge, die wir wirklich gut verbessern können. Wir lassen mal das, ne, wir nehmen, wir behalten die Struktur, so. Die wir dann auch am, äh, ne, ihr wisst schon, an dem Verbesserungsbums verbessern können. Ist hier jetzt echt einer irgendwie doch hochgekommen und... Sensor meldet weg? Wirklich, aber es sind terminierter Gegner. Shit, 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 shit. Nein. Warte, 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 bin ich jetzt doch richtig auf Speichern? Ja. Ach du Scheiße. Okay. Also, meine Damen und Herren. Ja. Ja. Na so, Söhnchen. Boom. Ja. Ja. Da hinten ist Codworth gerannt, habt ihr gesehen? Ist voll hektisch. Jawohl, ne neue Rüstung. Ich bin übrigens immer noch am Fressen. Codworth, Codworth. Der hat nen Helm auf. Oh, ich bin ein Profischütze. Codworth, Codworth, der hockt, der hockt, der hockt durch. Und oben ist noch so ne Sau. Hier oben hockt auch einer. Wartet mal, wir können noch ganz kurz den Ding anziehen. Diesen. Das reduziert den durch Roboter verursachten Schaden um 50%. Richtig edel. Richtig edel. So, jetzt versucht ihr nochmal irgendwie Schaden zu machen. Ich nehme an, das stimmt auch als Roboter zu zählen. Ich meine, das sind ja Roboter, ne. Die, die zwar menschenähnlich sind, aber. Aber jetzt nicht androidmäßig unterwegs sind. Wobei, doch, natürlich, doch. Die richtig krassen eigentlich schon, aber die jetzt nicht. Die zählen doch Hardcore als Roboter, oder? Ja, ja, komm. Wer ballert da? Mit nem Maschinengewehr. Ich hab keine Tatenfähigkeit. Du bist einfach nur blind. Du bist entweder blind auf beiden Ohren oder behindert. Okay, chill, chill, chill. Du musst gar nichts. Ich muss kacken. Nein. Sag mal. So. Hervorragend. Das sind doch alles Roboter. Die machen doch gar keinen Tetanus. Hallo. Ich würde sagen, die haben wir ganz schön leer geräumt, hier, die Geschichte. Hoffentlich warten die jetzt nicht auch noch vor der Tür, jetzt, wo wir gerade so Low-HP sind. Die Folge werde ich mir nie mal überziehen, weil ich noch kurz nach Sanctuary porten will, um dann endlich mal die, ja, die Klamotten zu verbessern. Das haben wir jetzt, glaube ich, noch nie machen können. Diese behinderte Käfig-Rüstung konnte man nicht anfassen. Und das ist echt ein wichtiger Bestandteil, weil wir die auch, ach du Scheiße, weil wir die auch leichter oder schwerer machen können und so weiter und so fort. Ja, super Schuss. Ist da einer hinter mir? Die sind ja überall, die sind ja überall. Okay, wisst ihr, was ich mache? Das habe ich noch nie. Ne, doch, doch, einmal habe ich es benutzt. Aber sonst eigentlich nicht diese Leuchtpistole, die kann doch auch irgendwas. Ich schieße die mal kurz dahin. Kommt dann hier jemand hin oder muss ich ihn in den Himmel schießen? Es können keine Militär mehr zur Hilfe kommen. Ach, leck mich doch. Da bin ich eh mal bei solchen Vereinigungen allgetreten mit den Minutemans. Und dann meinen die, äh, we are so fucking retarded, du, you know? Ich habe dich genau auf dem Modal gesehen, du Kacknase-Salat. So, jetzt brauchen wir die Achter, die Mollis. Hütsch! Oh. Molli auf den Roboter. Nichts stimmt. Am I darn? Batsch! Ihr macht mir eh weniger Schaden, das habe ich gerade an. Aber wenn ich überhaupt nicht treffe, ist das natürlich auch mit Hardware. 7. Wapp, 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 wapp. Bitteschön. Und 0 und zack. Hängen. Beide weg, oder? Hände eine. Oh! Er steht einfach noch da in der Explosion. Ich werde, wenn möglich, bitte wenden. Leute, ihr verzögert. Oh, 70. Plus 70. Ula, die Waldfee. Habe ich den gerade getroffen? Sieht gut aus. Ich glaube nicht, dass ich diese Waffen-Mod installiert habe. Das sind jedes Mal Headshots, oder? Mit dieser Waffen-Mod würde ich ihm doch nie im Leben den Hosenboden so versohlen. Die 3 Schuss gebe ich dir noch so und dann komme ich hoch. Sack. Gebe ich dir richtig von Auge zu Auge? Na, er rennt schon weg, er hat Angst. Komm jetzt. Tüdelü. Werd auf, werd auf. Kotzi, wo bist du? Da ist auch noch einer. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Überall sind Leute. Warte, ich habe doch Wasser dabei und so. Dass ich das auch mal ver... Ich habe Cram gefressen. So. Ja. Wie fühlt sich das an? Hä? Wie ist das so? Ist das auch genehm? Ah, Kuh will ich machen. Bam. Na, nachladen erstmal. Ich lasse ihn auch schön ausholen. Alles klar. Oh, shit, alter. Was war das für ein... Rocky Balboa-Schlag. Alter Verwalter. The Rocky Balboa. Kotzi, was ist da? Oh. Oh, Alter, da geht. Wow. Dass die ihre Arme so auskugeln können zum Schlagen, ist ein bisschen fies. Damit können sie halt die Ultra-Hits machen, ne? Ist klar, ne? Ist klar. Ach ja. Einen Sünden des Instituts anzugreifen ist tödlich. Ach ja? Mich anzugreifen ist tödlich. Ich habe keinen AP. Doch, bin voll mit AP. Die habe ich gerade echt auf seinen Arm geaimt, während er hinter eine Deckung geht, wo sein Arm dann verschwindet. Damn. Fucking damn. So. Kotzi, wir haben es geschafft. 36 minuten schon leute dabei ich muss da doch noch mal kurz hin nach sanctuary builds und dann ist für heute tuk da muss ich noch ganz schnell eine thumbnail machen damit das video heute gut aussieht und überhaupt online gehen kann da ich gerade mal du hast ladezeit komm schon tu es ja übrigens die ladezeiten eben waren in ordnung was ist schon wieder los pressen juxt ich vielleicht irgendwie in den fingern willst du vielleicht meinen meinen sohn noch weniger retten als sonst kann das sein trudy du altes stück so leute endlich können wir den pipo aufbessern achtung sagt laminiert da ist ein laminat drauf guck mal wir können nano faser machen die ist so fucking sick ma boi hauen wir rein boom dann den arm des todes kohlenstoff mikro kohlenstoff versteht ihr das mikrologischer biologen stoff wir nehmen die taschen da können nämlich mehr tragekapazität machen das ist eine der wichtigsten sachen an die man es gehen kann finde ich einfach alles mit taschen verskillen es geht bei dem hellen leider gar nicht so blei verkleidet leckt mich am ärmel dann ist es doch so scheiße schwer wir brauchen kein blei wir brauchen wir brauchen taschen gewichtet gewichtet ich glaube ich glaube es ballert bei euch taschen brauchen wir ja hört er mich standard da nehmen wir natürlich lackiert ich will schon so ein buntes ding haben klar nanofasern schiesel missel petissel gleich verkleidet das dumme ist halt mit den taschen der nachteil an der sache ist dass du wenn du halt die sachen dann austauschst dann halt nicht mehr diese tragekraft hast an die du dich dann vielleicht schon gewöhnt hast das ist ein bisschen kacke aber da wir dann eh alles wieder neu mit tragetaschen verwursten tragetaschen sollte das passen ja gut den können wir nicht verbessern jetzt passt mal auf wie viel wir tragen können wir sind so naked wir ziehen auch schnell den ding an achtung boom 315 ihr könnt mir später danken hallo marcy bietest du dich mir gerade an wo ist meine klamotten hier wald anzug da plus seht das so und denke wir auch noch aufpimmeln den wald anzug pass auf den zivan und jetzt sind wir eine einheit tschuldig der vermag ich noch meine scheiß rüstung tschuldig 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 doch pass auf die kümmer auch noch ordentlich verbessern hier ordentlich die die anzug extras lächerlich isoliert was wir daraus machen können abschirmend lasst euch jetzt mal auf der zunge zergehen ab so isoliert und jetzt sind wir sowas von krass am start einfach mal easy eine 40 minuten folge hingeklöppelt achte guckt euch das an boom 71 92 10 45 hans duckenbauer süß ja das war es eigentlich wir können noch den waffenfreak machen waffenfreak 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 keine ahnung wo das ist waffenfreak habe ich schon verwechselt da ist es schmied ich mache das mal und dann können wir nämlich noch die waffe aufbessern das wird hier die jubiläums folge leute ich weiß kann ich glaube folge 37 oder so ich weiß ich bin halt saucool aber jetzt halt doch mal die goschen halt doch einfach mal deine verschissene goschen ja ja tighter tobak junkjet achtung ne das machen wir jetzt nicht vor allem verbraucht das unsere ganzen schrauben dafür brauchen wir waffenfreak 2 und wissenschaft one tap was kannst du noch so automatikverschluss ist mir sowas von egal 18 21 und denkt an das ist die die einfach 30 prozent pimmelt machen wir ja 21 genau mit dem verschluss sag scherack boom wir haben fast keine schrauben mehr viel können wir nicht mehr machen ein automatikverschluss na klar dass wir kein damage mehr machen du legst auch ich glaube es gibt keinen weiter und gehärteten automatikverschluss jannes geil das läuft bei uns können wir uns sogar noch erlauben aber jetzt wird es schwierig weil wir keine schräubchen mehr haben wir sollten jetzt eigentlich anfangen die die waffen die wir so sammeln auch zu verkaufen nicht zu verkaufen sondern zu verarbeiten dass wir wieder mehr schräubchen finden halt wir machen schrauben noch auf die liste das geht irgendwie dass wir schrauben finden was ich meine markierung versuche ja schraube seht ihr es jetzt ist da auch ein ding dran und jetzt sehen wir bei allen objekten die eben schrauben enthalten auch diese lupe ok 42 minuten für die folge vielen dank dass ihr zugesehen habt macht's gut bis zum nächsten mal tschau tschau